Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit einer neuen Folge zum Lebensweg. Heute möchte ich euch ein wenig darüber berichten, wie denn so der Alltag in einer neunköpfigen Familie, ja Großfamilie vonstatten geht bzw. für mich damals gegangen ist. Ich habe Gott sei Dank eine ganz ganz liebe Frau gehabt, also die ist immer noch lieb, aber sie ist halt nicht mehr meine Frau, die wirklich ein wahnsinniges Haushaltsfamilienmanagement geführt hat. Das kann ich nicht anders sagen, großes Lob an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass sie das auch weiß, dass ich das stets zu schätzen gewusst habe. Und sie hat, und das hat mich schon beeindruckt, als ich sie kennengelernt habe mit den Kindern, als wir noch kein Paar waren, es geschafft, dass die Kinder sehr, sehr selbstständig waren. Vielleicht ist das auch normal in Großfamilien, weil logisch um sechs bzw. dann mit unserer gemeinsamen Tochter sieben Kinder kann man sich natürlich nicht um jedes einzelne Kind so intensiv kümmern, wie wenn ich nur ein Kind habe oder zwei Kinder. Das geht rein zeittechnisch schon nicht. Aber es geht eben anders und ich war von Anfang an begeistert, wie selbstständig eben diese Kinder damals schon waren, die alle, die meisten davon im Grundschulalter waren, als ich sie kennengelernt habe. Und ja, so banale Dinge wie Fingernägel schneiden oder sowas, das haben die Kinder eben selbst gemacht. Also da musste höchstens nochmal gesagt werden, das ist jetzt mal wieder dran, aber sie haben es eben selbst gemacht. Was ich auch ganz interessant fand, die heutige Folge wird vielleicht so ein bisschen durcheinander, weil das so verschiedenste Eindrücke sind, die ich so in Erinnerung habe. Was ich ganz interessant fand und was auch größtenteils gut geklappt hat, sag ich mal, war, dass wir einen Haushaltsplan quasi hatten. Für jeden Tag in der Woche war irgendein Kind mit irgendeiner Beschäftigung im Haushalt dran. Meistens wochenweise. Das heißt, dieses Kind war dann in der Woche von montags bis sonntags dafür zuständig, dass gefegt wurde oder dass die Spülmaschine ein- und ausgeräumt wurde. Und die lief mindestens zweimal täglich, oft dreimal am Tag, könnt ihr euch vorstellen bei neun Personen. Und diese kleinen Aufgaben waren natürlich wie bei allen Kindern oder ich schätze das zumindest mal, dass das bei fast allen Kindern so ist, nicht unbedingt immer beliebt. Aber es gab eben mehr und weniger intensive Arbeiten. Das heißt, jedes Kind hatte mal eine Woche, wo nicht so viel zu tun war und in der Woche, wo zum Beispiel Spülmaschine dran war, hatte man natürlich dann mehr zu tun. Aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut geklappt und hat natürlich uns als Eltern, vor allen Dingen meine Frau, die ja nun mal zu Hause war, Vollzeit, sehr unterstützt. Und ja, sie hatte Zeit gewonnen für zum Beispiel die Wäsche. Da stellen sich sicherlich viele die Frage, wie macht man das, für neun Personen die Wäsche zu waschen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie sie das geschafft hat. Aber das Erste, was sie morgens gemacht hat, wenn sie aufgestanden war, war eine Maschine Wäsche anzustellen. Und das Letzte im Prinzip, bevor sie zu Bett ging, nochmal eine Maschine Wäsche anzustellen oder einen Trockner anzustellen. Also die Maschinen, und wir hatten nur eine Waschmaschine und einen Trockner, die liefen eigentlich rund um die Uhr. Also ich würde auch sagen, so zwei bis vier Maschinen täglich waren durchaus normal. Die Kinder waren ja auch noch jung, die haben fast alle Sport betrieben. Das heißt, auch da gab es immer wieder Klamotten, die eben gewaschen werden mussten. Handtücher, Geschirrhandtücher, all sowas. Verbraucht sich natürlich in einem neun Personen Haushalt wesentlich mehr als in einem zwei bis vier Personen Haushalt. Das ist ja klar. Einkaufen war auch so ein Thema. Es gab in der Regel einen Wochenessensplan. Auch das hat meine Ex-Frau super gemeistert. Danach wurde dann eingekauft. Das heißt, wir haben versucht, möglichst nicht täglich einkaufen zu fahren, weil das wiederum natürlich auch Geld spart, wenn man geplant einkauft und dann nach Einkaufszettel die Sachen einkauft, die eben für den Wochenplan notwendig sind. Das bringt den Vorteil, dass ich dann unter der Woche nur noch das einkaufe, im Prinzip, was ich frisch benötige für Salat oder Gemüse oder solche Dinge, die sich halt nicht so lange aufbewahren lassen oder eben auch in größeren Mengen da sein mussten. Aber so ein Einkauf war natürlich dann auch schon speziell, weil wir viele Dinge en gros eingekauft haben. Also wir haben nicht zwei Liter Milch eingekauft, sondern zwei Steigenmilch à zwölf Liter. Als Beispiel, wir haben nicht fünf Äpfel eingekauft, sondern zwei anderthalb Kilo Pakete oder so. Und wir haben natürlich auch recht günstig versucht einzukaufen. Das heißt, es blieb uns als Großfamilie, da ich ja keinen Wahnsinnsverdienst hatte als Erzieher, nichts anderes über, als einfach auch bei den Discountern einzukaufen. Und auch Fleisch etc. haben wir dort gekauft. Ich habe gerade diese Woche dazu, gab es irgendwo einen Post, und ich habe gerade die Woche dazu geschrieben, dass ich jetzt mein Fleisch zu 90 Prozent, wenn ich Fleisch kaufe, ich esse ja wenigstens weniger mittlerweile, beim Schlachter versuche zu kaufen, wenig Fleisch noch im Supermarkt kaufe, vielleicht mal einen Aufschnitt oder so, wenn ich sowas esse. Aber auch da war es uns eben einfach nicht möglich, das beim Schlachter zu kaufen. Das ist einfach, also dann hätten wir wesentlich weniger Fleisch essen können oder dürfen oder wie auch immer. Das war aber zu dem Zeitpunkt bei uns zumindest noch nicht so in der Diskussion. Die Kinder haben auch unheimlich viel Milch getrunken zu dem Zeitpunkt. Es gab oft, das war so eine sehr, sehr beliebte Zwischenmahlzeit oder Abendbrotmahlzeit, Zwieback mit Milch. Das haben sie einfach geliebt. Ich würde sagen, bis zum Erbrechen so ungefähr. Also das haben sie einfach geliebt. Und das gab es recht häufig. Und das war auch okay. Und so haben wir eben versucht, diesen Haushalt zu führen. Und ich sage es gerne nochmal, meine Ex-Frau hat das wirklich super gemanagt. Die konnte aus ein paar Euros dann eben auch eine super Mahlzeit machen. Und das waren einfache Gerichte, aber auch aufwendigere Sachen. Auch mit Gemüse und ohne. Die Kinder haben auch das meiste gegessen, muss ich sagen. Vielleicht auch so ein bisschen Großfamilien-Ding, dass es nicht so, ja es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, hieß es früher. Also da wurde nicht so viel rumgemäkelt, habe ich zumindest so in der Erinnerung. Ja, das war so, ich möchte die Folge jetzt auch nicht zu lang machen. Das war so der Alltag, was so Haushalt und so weiter anbelangt. Ich werde sicherlich dann nochmal berichten, was wir so, ja, wie wir die Kinder quasi durch den Tag begleitet haben. Vor allen Dingen natürlich meine Frau, ich habe ja nun mal Vollzeit gearbeitet. Aber was wir auch am Wochenende gemacht haben, was für Freizeitaktivitäten da waren, wie wir das gelöst haben und gemanagt haben für sieben Kinder. Da gibt es sicherlich dann auch nochmal eine Folge dazu. Ich hoffe, ich konnte euch heute nochmal so ein bisschen einen Einblick geben in den Alltag einer Großfamilie. Und ich habe selbst jetzt gerade Spaß gehabt, da nochmal drüber nachzudenken. Und mir zaubert es nach wie vor ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Ich hoffe, ja, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Lasst mir gerne eine Nachricht zukommen, wenn ihr Fragen dazu habt oder Ideen oder Sonstiges. Meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. sfx fx 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!